das ist nicht gut naja wenn das ein team ist die zumindest auch voneinander getrennt verwende jetzt natürlich zu dritt auf dich gehen ist blöd und das werden sehr tun bitte noch mal switch schon besser das ganze auch zu dritt auf dich aber da kann ich zumindest die eine flanke fallen im idealfall ja so passt schon ab Zwei MPXDs, ganz toll. Achso, einen habe ich auch. Zwei Vierer Scopes, soll ich denn da mit? Hm. Oh, der Vierer. Habe ich auch. Ohne Attachments, da ist er halt auch ein bisschen schwierig. Bockig. Oh, ich wurde gescannen. Auf mich wird geschossen. Kommt zu mir, ich scanne gleich, wenn ich mal geheilt bin. Der kommt zu mir hier. Auf dem Dach von dem gelben Haus. Ja. Ja. Das ist jetzt glaube ich runter. Eingedown, Maus. Tod. Sehr schön. Bist du das gewesen? Nein. Okay. Ich bin dem Haus gegenüber. Ich bin dem Haus. Okay. 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 ok ganz oben in dem haus bei dir ist noch einer kannst du noch mal scannen? ich hab einfach eine granate reingeschmissen aber ne kann ich nicht bei mir gehen schüsse ein wow ich werde irgendwie umlaufen ok der aus dem fenster gesprungen ist ist auch tot da liegt ne leiche unten ich denke mal dass der das war den habe ich im fall noch zweimal erwischt äh ich scanne ok ok das ist daneben an ah das wollte ich nicht alter wow ähm von den bergen also so osten südosten so ja so 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 da oben ist einer oh das klang nach mantel so so hast du das gehört? ja ich bin kurz weg hm 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 das ist dass der Scanner wieder aufladen würde verdammt Okay. Ja, die Scannerladen schon ewig. Ja. Die sind wir noch in dem Haus. Mhm. Wenn ich da reingehe, mache ich lärme im Fenster. Mhm. Der ist halt definitiv da drin, ne? Ich meine, das hat sich so angewärbt. Mhm. Mhm. Der war aber hier auf dem Stockwerk. Acht Meter ist nicht so weit. Ja. Aha. Fast gehabt. Mhm. Sehr schön. Uiuiui. Mhm. Mhm. Airflash-Hider, mittleres Medipack, Munition. Ja, so geil ist die Ausbeute nicht. Ich dachte, ich kriege mal ein Mega-Magazin für die M4 oder sowas. Irgendwas cooles. Buttplug. Ich könnte es mich looten gehen. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich liege. Ich habe keine Ahnung. Wir sind ja auch einige gestorben. Also ich habe jetzt zwei Kills und du bist gestorben. Aber wo das alles war? Ja, weiß ich leider auch nicht. Das war hier irgendwo links daneben, meine ich auf jeden Fall. Ja. 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 Ich kann hier nämlich langsam auf die M4 als Primärwaffe umstellen. Das macht ein bisschen mehr Dampf. Weil die Vector jetzt auch nicht verkehrt war. Okay, hier war es dann wohl nicht. Ja, da ist noch ein Haus. Ja, ich glaube, da irgendwo ums Eck bin ich gestorben. Ich glaube, da ist noch ein Abplug. Ich mache eine zweite M4, das nehmen wir mal lieber so. Ui. Schicke Waffe. Ja, geht so. Fällt halt auf wie Sau, ne? Ja, wenn man die in der Hand hat und so, das sieht man ja auch von der Entfernung. Ah, fuck, ich muss Sack weit. Ich kann hier auf dem Schirm. Das war so selbstverständlich, weil das hier die ganze Zeit in der Zone war. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Das ist so am Ende, das macht richtig Schaden. Ich wundere mich schon, warum ich die ganze Zeit nichts mehr hörde an der Stadt und so ungeschwert looten kann. Und so, weil die einfach alle nicht so dumm sind wie ich und einfach mal gehen, wenn es Zeit wird. Da oben ist aber auch Action. Ja. In dem Haus ist halt leider Action, da werde ich gleich ein Battle kriegen, würde ich befürchten. Es sieht schon fancy aus mit den grünen Blitzen. Alter, aber krass, du die Ecke vom Haus, ey. Du bist noch in der Todeszone. Achso. Ja. Die Wand gesehen, bleib vor der Wand stehen, ey. Ich dachte, ich wäre durchgelaufen. Das hast du schon mal gedacht. Ja, Denken ist Glückssache, nicht jeder hat Glück. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Sehr schön. Das muss ich mir merken. Das ist super. Oh Gott. Ich mache mich nochmal wieder ewig weit. Mal ein Scan. Natürlich. 70 Meter. Ich seile aus mir, weil ich versuch's immer wieder. Und das ist so dumm, sich zu seilen in so einer Situation. Bis der überhaupt mal anfängt zu seilen, vergeht ewig viel Zeit. Dann ist die Flugbahn 100% klar. Und ich hatte ja noch Zeit, so dringend war's ja noch nicht. Bisschen besser mit einem größeren Scope mal die Felsen dann am abscannen. Verdammt. Nächstes Mal. Ja, vielleicht.